ja hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video heute mal was neues und zwar das erste waffenspiel dass ich hier in cod black ops 3 spiele und ja ich dachte mir ich muss das fast aufnehmen es wird sehr wahrscheinlich der reinfall des jahrhunderts aber was soll's und ich würde sagen gucken wir mal was uns erwartet und es geht los hier mit der pistole ok jetzt akimbo scheiss akimbo trifft man einfach gar nichts hier gar nicht so schlecht der staat die lk 9 was ist das denn rechts ja wieso brauchte solange um nachzuladen fahrt so gucken wir mal da ist der nächste ja ah 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 Da ist wieder einer da. Mal kurz gucken. So. Wo ist der Nächste? Mein nächstes Opfer. Yeah. Oh. What? Ah, shit. Ah. Zweiter. Yeah. Komm, 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 komm. Ah, fuck. Konnte ich mich nicht entscheiden. Ha, 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 yeah. So, okay. Oh. Komm, komm. Oh, oh, yeah. Ha, ha. Oh, shit. Was ist das denn für eine... Ah, was ist das für eine hässliche Waffe, verdammt. Die Faro, okay. Das Teil werde ich nie benutzen. Ist ja ganz hässlich. So, wo ist der Typ? Oh. Was ist das für eine Scheiße? Oh mein Gott. Oh. Ah, shit. So, komm, komm, komm. Gleich auf. Mit dem Zweiten. Ah, shit. Oh, komm schon, komm, schon, komm schon. Seid ihr. Oh. Oh. Shit, bin ich mein erster? So, oh. Oh. Ah. Fuck. So gut gestartet und jetzt das. Oh, nee. Ah, dankeschön. Sehr gut. Yeah. Ja, komm, 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 komm. Ah. Ah. Ah, naja. So schlecht, ne. So, komm, komm, komm. Ah. Ah, shit. Ah, next, next, next. Oh. Yeah. So. Ah, shit. Er braucht immer so lange, bis er nachgeladen hat. Wenn man mitten im Krieg ist, ist es echt schwer. Yeah, baby. Komm, 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 komm. Ah, genau das meine ich. Shit. So, 140 zu 140. Wir sind wieder Erster. Also gleich auf mit dem Ersten. So. Da muss doch einer sein. Da. So, zeig deinen Arsch. Ah, shit. Komm, zeig dich. Zeig dich. Zeig dich, du Hure. Oh, nee. Was für ein Potato Aim war das denn, bitteschön? Hahaha. Oh. Ah, shit. Verdammter Dropshot. So, komm schon. Ah, what the fuck? Shit. So. Also, jetzt drei vor mir. Drei Kills, alter. Drei Kills. Oh, 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 oh. Hehehe. Oh, Sniper. Ah. 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 Ah, what the fuck? Nicht mal One Kill. One Shot Kill, mein. Yeah. Genau das habe ich gesucht. Bitch. Hahaha. So, scheisse Kreten. Oh, nee. Der andere braucht nur noch einer. Fuck. Ah, nee. Und das war's. Shit. Shit. Okay, immerhin zweiter. Gar nicht so schlecht fürs erste Mal. Hier noch die Killcam. Was ist das denn für ein Bitchfight? Aus der Luft, faust in die Fresse. Geh zurück ins Bootcamp. Yeah, geh zurück ins Bootcamp. Okay, zweiter gar nicht so schlecht fürs erste Mal. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Jay und ciao. Wow. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben. Abonnieren drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Wow. Haha. Haha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.